Wir haben pünktlich zur BO 2016 mit dem Vertrieb der neuen Ratio Computer begonnen. Wir haben uns für den Vertrieb entschieden, weil es ein wirklich innovatives Produkt ist, das heißt nicht wie sonstige Tauchcomputer, ein reiner Tauchcomputer, sondern wirklich ein hochqualitatives Hightech-Produkt. Das heißt, wir haben hier wie bei einem modernen Smartphone einfach die Möglichkeit neben dem normalen Tauchcomputer ganz viele Zusatzfunktionen zu installieren. Das heißt, wir analysieren unsere Gase, wir planen unseren Tauchgang, wir mischen unsere Gase und wir haben auch die Möglichkeit per GPS zum Tauchplatz zu gelangen. Das Ganze wird vorangetrieben von einem Entwickler, der sowohl technischer Taucher als auch Ingenieur, als auch Programmierungsgenie ist. Es ist ganz selten, dass man Leute trifft, die wirklich alle diese Funktionen in einer Person vereinen und rausgekommen ist wirklich ein Hightech-Produkt, was speziell den technischen Taucher im kompletten Umfang befriedigt. Das heißt, keine fünf Geräte mehr mit in den Urlaub nehmen, sondern nur noch eins und alles vom Armband aus erledigen. Geräte mehr mit in den Urlaub nehmen, sondern nur noch eins und alles vom Armband aus erledigen. Geräte mehr mit in den Urlaub nehmen, sondern nur noch eins und alles vom Armband aus erledigen. Untertitelung des ZDF, 2020